hallo und jetzt kommen alle in vorne zu minecraft epig meine damen und herren was er hat das rum guten Tag die Welt er muss der andere hin ja gut der Teleportiert sich dann komplett woanders hin um ja du bist auf jeden Fall trotzdem herzlich willkommen nicht mehr Häuschen ich gehe mal schlafen in der letzten Folge haben wir vielleicht kann man diese zwei wunderbaren Waggons gebaut diese Waggons wollen wir heute mal testen in dem Mann nach dem Schlafen und das Meister natürlich auch gebraucht ich vergesst das war ja endlich nicht ja ach so und die Waggon kann man schieben und diese Waggon ja einigermaßen cool ruhig ich kann sie schieben das ja ich kann halt nicht ja ja sieht so aus als wenn der Stopp durch meinen Ding durchgeht um aber der Rett die h 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 das ist mein Ziel h h Prozent h 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 jetzt würde ich auch sagen wir machen weiter mit dem mit dem Ort um heute würde ich aber auch noch mal was ansprechen um umfragen h h h also ich meine ich habe keine Ahnung ja h 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 um h um ja h 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 NDR er hat es geschafft und ein und die Dachse der Stürmer direkt wieder hoch die sich ein der Kraft nicht was geht dann werden zufälligerweise das geht da befindet sich das ist natürlich auch ein bisschen und sehr muss die Kfarbe die Welt kann kurz verschwinden um um die Wettbewerb mann ich bin heute komplett durcheinander genau ich bin heute komplett durcheinander so jetzt packen das Chip zweimal hin und dann eigentlich auch da haben wir ihn wunderbar okay der kann man direkt draußen hinstellen wir brauchen auch bald mal fertig wird wahrscheinlich nicht der Kundschaft auf wenn ich die Schalksvergängerung ich muss mich dazu aber erstmal erkundigt ok erkundigen um ja ob man das überhaupt machen kann das man die Pferde direkt reinpackt und die Pferde fahrt sich kann fahren das weiß nicht und Checkerloch hat nicht das 1 Zoll äh ja ich bewege mich doch auch nicht so oder ne ein um auf jeden Fall zu tun und und genau unbedingt abzuziehen wollen wir nicht haben zu haben L hier wir machen so ein klechster im Amster wir machen weiter das kann man sagen wir brauchen Amara Amaraf 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 Okay, wir brauchen... Das haben wir doch irgendwie... So mal schnell das Amaraf, oder wie das heißt. Ich kenne mich da nämlich gar nicht aus. Ne, jetzt klingelt es hier auch noch. Geh ich jetzt nicht dran. Ist mir egal. Egal. Ähm... Post. Typisch Post. Ähm... Okay. Ich bin nicht da. Okay. 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 Ich hoffe mal dass wir das Tor zugemacht hat. Die. 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 Die hat anscheinend. Das ist gut. Die. 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 Schreibtisch hier runterkommen Warte. Da. Schrei. Ich bin wieder da meine Damen und Herren. Jetzt können wir wieder normal reden. Die. 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 um weil die Ehrensteller die Pakete dann bei uns ab und Kiel da die kommt jetzt ganz viel das Braumer eigentlich nicht und hier hat die Heizkopf sieben die das Problem ist die Lärmung und dann bewerfen durch die Bauchten halte in den nächsten diese Folge Fakten nicht durchschneiden aber ich weiß halt nicht wie ich das Pferd da mit anlocken soll aber ich werde das schon herausfinden wir gehen jetzt erstmal mit zur nächsten Mord rüber Amos gut das ja das ist dort scheiße oder was um die wir brauchen Wolle okay denn die Düsseldorf brauchen einfach Wolle und Leute um wir suchen dann einfach Schafe scharf sich die Wettbewerb genau dort scharf sich Wettbewerb und ich brauche mich ganz weit und dann sogar noch 2 und ganz weit hoch soweit ist es alles voll das genau dahin genau dahin ja 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 meine Damen und Herren das das war der der Klickstück den ich immer gesehen habe Kappern um die 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 ja höh 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 was nicht und war da verhalten Köln so um gut mit Nummer hier reinsteckern weil hier war die Kacke Wolle tut mir leid muss noch mal hier rein hallo war das Leben ab zu wollen ne aber müssen die mich hier so erschrecken Mama hat jetzt ein Tauers noch egal das ist heute Tauers Warte ich bin die Äpfel mit ich bin ja du hast meine Gott Gold Warte dann tisch ich mir halt noch mal Nein wie er macht man das Eventaraufhilfe sch oh sch 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 okay was nicht gebrochen ich schon fast um um das ist alles nur was sie tun ist so gut das war muss eigentlich ein Schild ein die 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 Erkrankung nicht dass der Tag von und die drunter ja eigentlich das ist ein bisschen scheiß wollen kann der Bekastung dabei was ist das auch nicht auch sie eigentlich und jetzt ich muss runter schweiz wer hat nach oben ab Prozent Lenz die 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 Bauer ab Hau wieder ab macht richtig Sinn so Delay, Delay und teleport ok gut ja Farad hat jetzt auch geschafft Nice äh nein wo es war eine Rüstung Rüstung nein 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 ich muss aber unbedingt zurück Junge muss meine Rüstung Hallo Rüstung brauche ich nicht hier man ich brauchte doch nur Wolle die hab ich eh nicht bekommen Mann ich will jetzt meine Rüstung wieder haben M ach man nicht das ist einfach nur Löt das ist der Ton unbedingt meine Fakten liegt die dort ja 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 die Dämonen die Dämonen die Dämonen anziehen die Dämonen die Dämonen die Dämonen ja meine Hose ha da meine Hose da die Dämonen da die Dämonen das das ich bin das das da ich jetzt komplett gekillt okay gut jetzt können wir aber wirklich teleportieren teleport teleport ok gut 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 um war ein bisschen mehr eine kurze von den nächsten Folgen werde ich das ganze Zeug jetzt erstmal einsortieren werden wir richtig durchstarten mit den ganzen in den Plätzen zuvor mit den Armee und in der Nähe in die nächsten Folge werden wir das noch nicht machen in der nächsten Folge suchen wir ein Pferd wenn das geht wenn das nicht geht dann fangen wir natürlich dann damit an gut jetzt würde ich sagen das war's mit dem Video zu schauen und zahle die Hälfte und auf Wiedersehen und ich habe das nicht mit der Folge nicht immer so passiert dass es wieder so eine Post ich bin es gerade 10 Uhr 30 Uhr das muss heute noch umkommen aber naja gut das war jetzt mit dem Video ich bin der Schaar und so geht's ja und auf Wiedersehen